Kannst doch schnell craften. Ja, das dauert halt schon ein bisschen. Du nimmst ja nicht auf, zum Glück. Ich farm seit knapp einer halben Stunde hier unten den Boden. Weg. Oh ja. Ich hab tatsächlich keine Steine, also soll ich mir mein Werkzeug aus Eisen machen? Ja, nimm dir. Dann kommst du gleich danach kurz runter und könntest mir helfen. Du hast mir gerecht, Alter. Es sieht aber endlich was an. Tiberias? Kommst du kurz runter? Bringen wir doch noch Fackeln mit, wir haben schon wieder keine mehr. Weil es ist schon wieder ein Stück tiefer geworden. So, Holz habe ich selbst mitgebracht, damit ich auch irgendwas beitragen kann. Holz haben eigentlich, glaube ich, das einzige Rohstoff, den wir echt genug haben. So. Spitzhacke. Axt. Schaufel. Und Schwert. Fuck. What? The fuck, dude. Kannst doch übertreiben, echt. Oh, Höhle. Sehr schön. Ey, komm mal hier in die Ecke bitte. Ja drüben. Höhle. Komm mal. Hi. I'm coming. Höhle. Oh, Höhle. So, da ist der Garten. In einem Gang zum Garten gibt es gleich rechts, zwei Blöcken von der Wohnung aus gibt es einen Tunnel runter. Shit. Ich geh jetzt mal ein paar Karotten an die Oberfläche von dem Garten. Das ging fast chill. Oh, da unten ist Lava, ne? Ich glaub, das ist wirklich ein Knochen, so ein Vulkaner. Ich glaub's auch. So. Eisen haben wir hier übrigens? Also, ein Gang gegenüber dem Garten. Nein, nein, du kommst neben dem Tunnel ist der Gang drin ne. In dem Tunnel? In dem Tunnel ist ein Gang drin. ist ein Gang drin, ja. Mein Minecraft ist stehen geblieben. nicht nur der minecraft du auch manchmal weil tibiris das schwanger wird ja dann lockt kurz aus und kommen es hat keine rückmeldung ist komplett abgestimmt ich weiß woran es liegt windows update sollte nicht in den nein du bist noch nach wie vor dem server sollte es jetzt geht es wieder lustig nachdem ich einen von zwei java prozessen gekillt habe woher auch immer der zweite kam geht wieder da bin ich jetzt endlich check euch den koppel bis ihr darin ertrinkt ja check uns den koppel bis ihr darin ertrinken mit welchen diamanten welche obsidian nein da haben wir ein ding umgebaut das heißt dann bräuchten wir eine eisenspitzhacke erstmal brauche ich obsidian dafür wir brauchen eine diamantspitzhacke um obsidian abzubauen ist da nicht irgendeinen anderen weg inzwischen endlich nein gibt es nicht das ist traurig na gut dann brauchen wir eben noch vier diamanten so wo soll ich denn bauen gibt es hier irgendwie eine quelle oder eine koppelstange ja kommen wir kommen entgegen hier unten warte nein kann es hingehen diesen raum hier kannst du weiter abbauen absenken weiter runter bis 0 pass auf unten kommt oben in lava mal schreib mal ja wir haben tropenholz und zwar in massen wir tauschen gegen diamanten ich glaube das ist laser ich mache kurz bisschen ordnung in die truhe leitern habe ich hier ein paar was machst du willst du stein haben für den zweiten turm opa ich habe ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn slacks doch wir brauchen immer koppel komm zu mir und ich gebe es dir ich habe holz ansonsten warte ich wir machen ein bisschen platz freiner truhe ich bin starke leiter oben als kann leidern dabei ja wir haben verschiedene solz da wir haben noch eichenholz umliegen und eichensatzlinge und birkensatzlinge nein das sind die einzigen die uns fehlen übrigens ach fuck das ist ja der ding hier heißen finden wir die ganze zeit hier schon mal kurz mal ähm na gut mal so klasse holz hier bitte hier oben liegt holz ja ja frauen und multitasking theoretisch wenn das update ist so schlimm leute kauft euch einen mech nein da kann ich drauf zocken da hast du wenigstens nicht das problem dass dein ganzer pc und dein ganzes internet jedes mal wenn so ein scheiß windows update daherkommt nicht mehr funktioniert da hast du noch hast du ein mac gut dann ich muss echt mal kurz hier ähm sortieren welches memo auf jeden fall danke für das holz das kann ich sehr gut gebrauchen ja problem ist du kannst die musiker machen ich nicht das ist immer so der bringt alles zum abstürzen oder weißt du du hast ein desktop am laufen nur ein desktop und auf einmal fängt windows fängt deine cpu an zu rendern wie sau deine auslastung geht auf 100 prozent hoch das ist so what the fuck das war nicht auf 100 prozent aber geht halt in die höhe wie sau auf einschlag nächsten so alter leute ja windows rennt rechnet im hintergrund irgendeine scheiße zusammen windows haben wir da oben ein eimer mit wasser beziehungsweise ein eimer ja ein eimer haben wir sogar mit lava drinnen pass auf mit wasser dann kann man da schneller runter fallen so wie damals für ein nether portal wo ist der eimer da ist einer so melo muss gleich noch ein für uns zu gehen jetzt muss ich nehmen zwei eimer dann bin ich ne quelle ähm nein wir haben übrigens keine fichten setzlinge aber wir haben eichen birke und akazien setzlinge und dschungel setzlinge die besten vor allem sind eichen weil du da äpfel von kriegst die sind schön aber die besten sind wie gesagt eichen weil essen und so nicht wächst auf ja allerdings nicht sicher soo hier reiß ich ein loch rein gute idee machen wir gleich drei davon ich glaube wir können gleich mal anfangen mit mit wie heißt bauen 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 ja turm weiter bauen warte kurz mal bevor du ja ich will nicht sagen wir könnten vielleicht das ganze loch bis oben hin fortsetzen oder so ist auch ok das ist loch bis oben in gang fortsetzen dass wir noch oben bauen gleich erstmal das loch das war tief lebst du noch ja ja doch ich bin unzerwüstlich unverwüstlich glaubst du oder unzerwüstlich ich bin unzerwüstet ja so jetzt kann man endlich runterfallen wenn man will ohne sich was zu brechen theoretisch was was ach ja ich habe itunes gestartet und es hat gerade fünf minuten gebraucht bis es sich startet was machst du hier warte ich mach den pool größer der pool bringt recht herzlich wenig wenn wir weiter brauchen die ganze zeit nach unten ja ich werde ihn dann schon ausbessern keine sorge ich bin nicht so ein fauler hund ich mach das dann schon meine schuhe ja bist du dir ganz shisha boah apropos shisha können wir gleich anmachen noch nicht ein drehen ah ne heute nicht ja wasser so jetzt endlich vollpool perfekt gemacht so jetzt reißen wir da den weg auf damit du da wieder gescheit durch kannst das kannst du euch zu machen ich hab die höhle da gemacht ist da sicher nichts mehr drin ja ich sehe da noch Dirt wenn wir Dirt wollen gehen wir auf die insel nebenan hier ist der weg kürzer und da unten ist noch eine menge Lava also ich würde das noch nicht so machen Lava am oberen Oberfläche auch ja theoretisch möchte ich mal ein bisschen von der Lava weil hier so viel ist mitnehmen und möchte gucken ob ich das nicht hinkriege da wo ich mit meinem Einsiedlerhaus gebaut habe so eine Lava umrandung drum rum zu basteln ja so gut also wie gesagt feiern jetzt kann man da wieder durchgehen und bauen wir nochmal außen rum vorsicht wasser kommt Alter das ist extrem nervig ich bin gleich fertig ich will den nur markieren damit du weißt wo du nicht weiterbauen musst du fürs erste mal ohja das ist die geilste Aufnahme Season ich höre Lava neben uns was haben wir eigentlich keine Ahnung ein paar vier oder fünf wir haben keine Holzkohle wir nehmen normale Kohle ok wollen wir tatsächlich nur mit Cobblestone bauen ja ok dann ist das irrelevant die zwei vorangegangenen Fragen das wird so eine fluschgeriebe kennst du hoffentlich vielleicht festung auf so eine Tropeninsel ok wer reitet zu spät durch Nacht und Wind er ist ein Pferd getarnt als Rind und welche Leiter durchbau die man runter kommt kann man doch am Schluss machen mach das doch nicht jedes mal einzeln oder muss bald wieder hoch weil ich habe eigentlich alles hier eine Crafting Bench genug Eisen für mehrere Werkzeuge und Holz natürlich und Holz natürlich was du mir vorher gebracht hast danke nochmal ja kein Ding du darfst jetzt nicht den Boden wegreißen vom Pool ha? was? du darfst nur den Boden vom Pool nicht wegreißen so kann man was machen ja hier ist Lava in der Nähe ja hier ist Lava in der Nähe guck mal wenn ich hier den Boden abreiße dann passt alles ja ganz ja cool ok du kriegst als Wassertropp rein ja das passt ja besser als Schweiß soll man das äh noch ein bisschen breiter machen oder passt so das Ding hier runter das passt so hab eine jetzt habe ich gerade ein Leck Minecraft gefroren da ist schon nur unter den Füßen weggehauen und du schwebst